Hallo Freunde, YouTuber und Reiseinteressierte. Derzeit habe ich leider noch ein Problem mit den Videos zum Schneiden und zum Bearbeiten sowie dem Hochladen. Dieses Problem werde ich voraussichtlich in den Weihnachtsfeiertagen beheben, sodass ich euch in Zukunft schneller und mehrere Videos posten kann. In diesem Sinne wünsche ich euch, euren Freunden und Familien ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest und freue mich bald mit neuen Videos euch auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Euer JJ